Eigentlich suchte Teilnehmerin Laura in der 19. Staffel Bauer sucht Frau ihre große Liebe. Dafür bewarb sie sich für Bauer Stefan und bekam nach einer ersten Abfuhr auf dem Scheunfest noch eine zweite Chance. Doch zwischen ihr und dem Landwirt wollte der Funke einfach nicht überspringen. Beim großen Wiedersehen gaben beide dann zu verstehen, dass sie nicht zusammenpassen. Doch nach der Liebespleite im TV lernte die blonde Laura einen neuen Mann kennen und verliebte sich. Doch nach sechs Wochen ist auch hier schon wieder Schluss. An Valentinstag verkündete Laura das traurige Liebesaus. Ich habe ein richtig schönes Geschenk zum Valentinstag bekommen, eine Trennung, erklärte sie in ihrer Instagram-Story, wie Promiflash berichtet. Außerdem riet sie ihren Followern stets auf ihr Bauchgefühl zu hören. Aktuell überwiege bei ihr die Wut. Allerdings schließt sie nicht aus, dass früher oder später der Trennungsschmerz in den Vordergrund rückt.